Was geht Bats? Mal ein bisschen anderes Video von uns, wird ein Update Video, was so Anliegen wird bei uns. Also morgen haben wir einen Auftritt in Delbrück, in der Nähe von Paderborn. Wer hier irgendwo in der Nähe wohnt, von unseren Abonnenten, kommt vorbei. Es wird richtig Delbrück. Mit dabei sind Joschka, die Doppelgänger von Videos 106, Synatic und Paul. Außerdem ist uns. Echt? Achso, ich dachte mal Setti. Mit dabei ist ein nerviger DJ. Ja Spaß. Einer unserer besten Freunde legt auch auf. Also es ist ein richtig fette Jam mit einem Konzert. Ja. Open Mic, Live DJ, Hip-Hop Dance. Ja, tanzen wird da auch sein. Also komm 20 Uhr zur Stadthalle in Delbrück. Wir warten auf euch. Eintritt 5 Euro. Und plus ein Freigetränk. Was will man mehr? So ist es. Außerdem haben wir die Flyer gemacht. Und dafür haben wir noch keinen Loop oder so bekommen. Wir planen eine kleine Kanalumänderung. Und zwar... Nervt uns YouTube. Ja, das sowieso. Aber das wird jetzt kein YouTube-Header. Auf jeden Fall, wir schmeißen 12 Arten von uns weg. Das wird es in Zukunft leider erstmal nicht mehr geben. Es werden bald zwei neue Formate kommen. Also ein Format wird Klick heißen. Ein Sketch-Format. Es wird echt witzig. Wir haben schon echt coole Ideen. Das zweite Format ist... Was ich... Wo ich mich besonders drauf freue. Ich glaube wir alle drei. Abo Beres. Und vielleicht hier ein kleiner Ausschnitt von Dennis. Vielleicht auch nicht. Hier. Er muss das jetzt auch machen, okay? Nee. Aber warte... Jetzt. Drei... Zwei... Eins... Go! Es wird ein krasses Format. Wir werden noch einen Trailer-Format veröffentlichen. Weil es wird echt ein geiles Format, ne? Wir versuchen es zu schaffen, wenn wir die tausend Abonnenten erreicht haben. Dass genau dann das kommt. Aber im Moment steigt es echt krass bei uns. Deswegen können wir nicht versprechen, dass es genau bei der tausend ist. Aber wir hoffen schon. Ja. Ach, ein Format haben wir noch vergessen. Bald werden wir nicht nur ein Video pro Woche releasen. Genau. Also nicht nur Bad Friday, sondern es wird auch... Wahrscheinlich machen wir es am Mittwoch. Ein kleines Sneak-Review geben. Und zwar, wir sind schon seit ein paar Jahren jeden Montag im Kino. Und schauen uns dort Filme an, die erst in einigen Wochen oder Monaten rauskommen. So ist es. Und dazu werden wir dann halt einfach Stellung nehmen und unsere Meinung abgeben. Ist doch auch mal was nett ist. So könnt ihr euch dann unsere Videos reinziehen, wenn der Film rauskommt. Und könnt schon mal wissen, ob der gut ist, ob er sich lohnt oder nicht. So ist es. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr jeden Montag um 20 Uhr zum UCI Kin... Kinoplex? Ja. Zum UCI Kinoplex kommen, in Paderborn. Da sind wir nämlich. Da sind wir auch am Start. Wahrscheinlich werden wir das irgendwann bescheiden, was wir das jetzt gesagt haben. Holt euch Kinotickets neben uns und dann schaut mit uns gemeinsam einen Film. Süß. Und ihr könnt demnächst auch noch Klamotten bei uns holen. Wir werden auf Facebook einen Store eröffnen. Erstmal auf Facebook, danach machen wir es an der externen Seite. Mit... Badass Clothing. Was ihr bei uns bestellen könnt. Yay. Collegejacken. Hoodies. Cats. Mützen. Alles. Alles was ihr wollt könnt ihr bei uns bestellen. Also jetzt noch nicht, aber doch. Also die Collegejacken. Das Shirt könnt ihr jetzt schon auf jeden Fall bestellen, ne? Ja. Das was viele bestimmt von euch kennen mit dem Wellness Logo. Collegejacken kommen jetzt raus. Die werden echt fit aussehen. Könnt ihr euch gerne bei uns bestellen. Bei der ersten Folge von Click gibt es außerdem eine coole Verlosung. Da könnt ihr schon mal eine Sache von unserem Market Store kriegen. Und ich will aber erst noch nicht sagen was. Ne. Das suchen wir uns nämlich noch aus. Wir versuchen demnächst ein Musikvideo zu drehen. Und ähm... Es ist so... Einfach... Ein... Oh... Oh... Es ist so ein geiler Track geworden. Ja. Und äh... Es ist so ein richtiger Song. Es ist ein Song. Ja. Das ist es. Und äh... Vielleicht hier ein kleiner Ausschnitt... Ja oder nein? Nö. Ganz kurz, aber... Ganz kurz. Das ist unser neuer Song. Und hier ein kleiner Ausschnitt ohne Gelaber, ohne Gefunken. Und hier. Das ist schon viel zu lang, oder? Ja. Es wird echt geil. Ja. Ohrwurmfaktor hoch 10.000 würde ich sagen. Wir schreiben mal auf unserer Facebook-Seite, wo wir das Video drehen. Und wer kommen will, der kommt. Ihr könnt alle kommen. Mit uns channelen. Wir geben vielleicht euch mal ein Eis aus. Oder ihr uns. Würde ich eher sagen. Wir haben übrigens auch noch ne kleine Bitte an euch. Bitte. Sag es. Wer unsere Videos anschaut. Wir würden uns mehr über... Mehr über mehr... Mehr, 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 mehr Kommentare freuen. Weil, ganz ehrlich. Von mir aus brauchen wir gar... Keiner von euch muss unser Video liken. Wir beantworten jedes Comment. Ab jetzt. Für alle Zeiten. Es gehst du super hoch. Außer über Spam. Ich bin außerdem Völkschank Und wir haben morgen einen Auftritt Und der will Mathe studieren Hey, ohne Scheiß, kurz Story of my life Bei jedem fucking Auftritt, egal ob beim Tanzen, beim Rappen oder beim Buchstablierwettbewerb Ich hab bisher immer, ich war bisher wirklich immer entweder krank oder verletzt Immer, 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 immer Geil Du bist einfach ein Pechvogel So ist es Wir werden jetzt wahrscheinlich jeden Monat so ein Updatevideo machen Einmal im Monat mindestens Ja, ist halt ganz cool, denk ich mal, für euch auch Damit ihr wisst, was bei uns dort losgeht Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr euch für Merch wünscht Was ihr am liebsten von uns haben würdet Unten rein Und es ist wirklich egal, was Egal 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 Schreibt es unten rein Egal Wenn ihr weitere Updates, wie dieses hier sehen wollt, dann Liked dieses Video, abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen Und schreibt uns in die Kommentare Und ciao Egal 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 Egal